2017 habe ich die Diagnose bekommen, Diabetes Typ 2. In meiner Familie gibt es mehrere Menschen mit Diabetes Typ 2. Trotzdem habe ich immer gedacht, ich bin jung, ich bin nicht dick, ich esse gesund, mir kann eigentlich nichts passieren und die Diagnose war dann Schock. Typ 2 Diabetes hieß für mich mehr Disziplin, mehr gesund kochen, mehr Sport und das alles bitte stressfreier. Mittlerweile habe ich mir Wissen und Routinen angeschafft und habe es gut im Griff. Trotzdem habe ich manchmal nüchtern Wert, der ist einfach schlecht und ich habe keine Ahnung warum, weil ich gesund gelebt habe und gut geschlafen habe auch. Sag es laut, sag es solidarisch.